Hallo und Willkommen bei folgernum mal 12 wenn ich mich nicht irre und ja so nimm mit nimm mit und dann geht's mal hier lang Vorsicht, ah heiß Ach du scheiße Vorsicht Das mit dem Tom muss jetzt aber klappen Oh ne das ist ein Ausgang Achso F Sieht das geil aus Ein Lager So nimm mit Werbungsgut, können wir jetzt endlich mal was gut ausrüsten wieder? Gewickeltes Ding, verstärkte Wurfahne Ein Prozent Ja komm, machen wir mal Und das andere machen wir auch gleich So Und die Pistole auch Was haben wir hier alles? Ist genug Material Erweitertes Magazin Belüfteter Schlitten Was bringt der? Rücklaufbremse Bringt das Projektil präziser ins Ziel und erhöht damit den Schaden Der ist noch nicht freigeschaltet Schnellfeuermodus Modifikation Am Abzug erhöht die Schussfrequenz Na hört schon noch nicht so geil an Was haben wir da? Großraummagazin Gebeutzeter Schaft Rücklaufbremse Klebebanddoppelmagazin Poliert der Auswerfer Nehmen wir das mal Brauchen wir jetzt nur noch Moni für das Scheißding Müssen ja nicht alles ausgeben Und dann Brennen wir mal ein bisschen weiter Ach du Scheiße AHHHHH Verdammt Das kriege ich nie hin Das ist unglaublich Das kriege ich nie hin D und F D und F Mann Hat er jetzt das abgegradet? Ich weiß es nicht hier Mann Also Dingens und F Tschüss Au Zu viele Blödes F Mann Dankeschön Eieieiei Ich hasse das Bei manchen Spielen bin ich viel besser Klammern Crysis Aber nein Gerade in dem Spiel Irgendwie bin ich schlicht Gut, wir holen sie uns Weg auf den Klammern Reichen Doch mal wo? Ah Was ist leer Was ist Hä Warum hängt die da? Dankeschön Wollen wir wandern nicht Ne So, nimm mit Nimm mit Hinten Nimm was geht Wenn dem Ding Keinen Headshot Gibt Dann Jawoll So Noch mehr Hm Na Hm Hm Na Ja Da war irgendwie noch was Komm Komm schon Wir wissen, dass du hier so bist Verdammt Welcher ist er Was? Oh man Ist doch unglaublich Unglaublich Hinten Nimm mit Nimm mit Feuerstelle Das heißt Hier dürfte irgendwie wieder was sein Waffenmodifizierung verfügbar Für welche Waffe? So Kann man auch noch irgendwie Ja Verdammt Hier komme ich nach da oben Ah Scheiße Falsche Waffe Ausgerüstet Verdammt Verdammt Oh Oh Han Han Ich will da nicht runter Aus dem Weg Sie gehören mir Okay Ausweichen Ja Scheiße dran Boah Verdammt Verdammt Ich glaube da muss ich auf die Schusswaffe wechseln Krass Alter Alter Okay Ähm Haben wir vielleicht irgendwelche Hilfsmittel Ich glaube nicht mehr Ich glaube nicht mehr Ja Ja. Mann. Jawohl. Haha. Ja. Nimm mit. Wow. Da war ja noch einer. So, was haben wir? Gut. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Zack. Auf. Haben wir noch irgendwie eine Flagge hier. Hier ist halt wieder eine Feuerstelle. Da an der Wand. Und hier ist bestimmt irgendwo einer. Nichts. Kommt schon. Jetzt hab ich schon Feuer hier und dann... ist hier nichts. Na ja, okay. Doch. So. Nimm mit. Dann haben wir da noch was. Und jetzt muss ich wieder runter rennen. Mann. Hier. Nimm mit. So. Eieieie. Eieieie. Ist doch... Irgendwo muss doch hier in so einer Flagge sein. Hier irgendwo? Nichts. Gar nichts. Wo könnte hier noch etwas sein? Ah. Ein Lager. Gut. Fähigkeitspunkt. Ähm. Können wir jetzt das machen? Schmerztoleranz. Spritzergetrick werfen sie ihren feinen Stein und Dreck ins Gesicht. Normalvergehen und so weiter. Ne. 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 Ah Mann. Das darf ich noch nicht. Hm. Was haben wir dann hier noch? Ist auch nichts mehr freigeschaltet. Aber hier können wir noch. Genau. Verbessertes Bergen. Ich glaub das manchmal. Das könnte uns glaub ich in Zukunft sehr gut helfen. Aber ich will gern noch meine Waffe verbessern. Kann man die upgraden? Tatsache. Ne. Doch nicht. Wo kann man... Handvollerwaffe finden sie drei weitere Teile? Finden sie ein weiteres Teil um die Verbesserung freizuschalten? Drei Teile... Hm. Ja. Anscheinend haben wir doch nichts. Schade. Ja. Gut. Mach ich auch mal... Halt. Nein. Ups. Bin zu weit. So. Da müssen wir gleich hin. Und da gehen wir dann auch morgen wieder hin. Dürfte passen. Cool. Vielleicht schaff ich's doch. Gut. Gut. Also dann. Wir sehen uns morgen... Früh wieder. Ne. Morgen Abend. So. Hallo nochmal. Und ja. Danke, dass du dir das Video angeguckt hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kritik und so weiter. Immer erwünscht. Jetzt hast du folgende Möglichkeiten. Du kannst klicken auf YouTube und du kommst auf meinen YouTube-Channel, um dir weitere Videos anzugucken. Oder auf Twitter. Dann kommst du halt auf meine Twitter-Seite. Na. Und das gleiche auch mit Facebook. Ja. Auf Twitter wird auch noch jeden Tag eine Folge veröffentlicht. Also es wird eine Meldung geben. Das Video ist jetzt online. Und wenn du bei Twitter zufällig bist, kannst du auf Follow klicken und dann verpasst du auch kein einziges Video, wenn ich welche hochlade. Oder halt ein Abo bei YouTube, dann verpasst du natürlich auch nichts. Und bei Facebook. Facebook ist zum größten Teil da, um einfach nur zu sagen, ja, hier sind wichtige Infos oder sowas. Und halt rechts unten, Profit, so heiße ich, nicht verwechselt. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Video oder was auch immer.